Was mache ich mit meinen Mitarbeitern in der Corona-Krise? Die drastischen Maßnahmen unserer Regierung führen dazu, dass Unternehmen massive Umsatzeinbrüche leiden oder sogar ihren Betrieb zur Gänze einstellen müssen. Diese Maßnahmen führen zu einem enormen und noch nicht bezieferbaren Schaden an der österreichischen Wirtschaft. Unternehmer haben nun das existenzbedrohende Problem, dass kaum Geld hereinkommt, sie jedoch die laufenden Kosten und allen voran die Personalkosten natürlich zu bezahlen haben. Damit ihr in dieser Situation finanziell nicht überleben könnt, müsst ihr unbedingt eine Regelung mit euren Mitarbeitern treffen. Nun, welche Möglichkeiten gibt es jetzt dazu? Einerseits die Corona-Kurzarbeit. Ihr könnt für maximal drei Monate Kurzarbeit vereinbaren. Das bedeutet, ihr könnt die Normalarbeitszeit im gesamten Kurzarbeitszeitraum auf mindestens 10% herunterfahren. Teilweise kann die Arbeitszeit sogar auch komplett auf Null gestellt werden. Aber Achtung, im Durchrechnungszeitraum müssen mindestens 10% der Normalarbeitszeit erreicht werden. Bevor ihr diese Kurzarbeit beginnt, müssen Arbeitnehmer ihr vorhandenes Urlaubsguthaben aufbrauchen, also die Urlaube der Altenjahre aufbrauchen und auch die angefallenen Überstunden müssen konsumiert werden. Arbeitgeber die Kurzarbeit einführen müssen nach Ablauf der Kurzarbeit ihre Mitarbeiter auch für mindestens einen Monat weiter im Unternehmer beschäftigen. Die auf drei Monate befristete Kurzarbeit kann dann um weitere drei Monate verlängert werden, aber hoffen wir, dass der Spuk nicht so lange anhalten wird. So, die Nachteile der Kurzarbeit. Ihr müsst die Sozialversicherungsbeiträge auf Basis des regulären Entgeltes, das heißt vor der Kurzarbeit, für die Dauer von drei Monaten weiter bezahlen, obwohl der Mitarbeiter gar nicht mehr in eurem Betrieb ist. Erst ab dem vierten Monat werden die Kosten vom AMS getragen. Diese Corona-Kurzarbeit muss mit jedem Mitarbeiter auch einzeln vereinbart werden, wenn es keinen Betriebsrat in eurem Unternehmen gibt. In weiterer Folge müsst ihr das entsprechende Formular der Wirtschaftskammer und des AMS ausfüllen und einreichen. Dort müssen dann die zuständige Fachgewerkschaft und die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer unterschreiben. Das heißt, diese beiden Fraktionen müssen der Kurzarbeit zustimmen. Wenn dann die Rückmeldung vom AMS da ist, dann beginnt die Kurzarbeit. Das AMS sollte innerhalb von 48 Stunden rückmelden. Vorher hat es eine Frist von sechs Wochen gegeben, die wurde jetzt verkürzt. Schauen wir mal, ob die das schaffen in dieser Zeit. Für die entfallene Normalarbeitszeit bekommt der Arbeitnehmer dann die Kurzarbeitsunterstützung vom Arbeitgeber ausbezahlt. Diese wird dann anschließend vom AMS dem Arbeitgeber zur Gänze ersetzt. Offen ist ja doch, wann ihr das Geld vom AMS bekommen werdet. Liquidität fehlt euch sofort und genau darum geht es jetzt in dieser schwierigen Zeit. Ihr müsst die Liquidität aufrechterhalten. Kurz zusammengefasst, für Klein- und Mittelbetriebe ist dieses Verfahren aufgrund der Komplexität, glaube ich, eher weniger geeignet. Ein praktikablerer Weg ist die sofortige, einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses und, wichtig, mit einer Wiedereinstellungszusage. Das heißt, ihr gebt dem Mitarbeiter auch schon mit, ihr wollt ihn wieder haben, sobald der Spuk vorbei ist. Der Nachteil bei dieser Variante ist so, dass mit der Lösung des Dienstverhältnisses die nach offenen Urlaube und die alliquoten Sonderzahlungen sofort zur Zahlung fällig werden, weil immerhin die Mitarbeiter werden ja jetzt endab gerechnet, wie wenn sie nicht mehr kommen würden. Für die Dienstnehmer entstehen jedoch dann keine weiteren Ansprüche mehr. Die Dienstnehmer können sofort bzw. nach Ablauf der Zeit des abgegoltenen Urlaubs das Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen. Und nach Ablauf von einem Monat könnte die Dienstnehmer dann auch wieder als geringfügige Beschäftigte neben dem Arbeitslosenbezug wieder einstellen. Achtung, unbedingt aufpassen bei Mitarbeitern, die noch im Abfertigung-Alt-System drinnen sind. In diesem Fall ist auch die komplette Abfertigung-Alt sofort fällig. Da sind natürlich auch wieder dementsprechende Liquiditätseinbußen. Wie ihr seht, es gibt da keinen perfekten Weg, in welcher Variante wir die Personalkosten einsparen können. Man muss sich für einen der beiden Varianten entscheiden. Und ja, anders geht es leider nicht. Ich wünsche euch alles Gute für diese harte Zeit und hoffe, dass die Beschränkungen rasch aufgehoben werden.